Vor einem Jahr habe ich mir eine Aktie ins Depot gelegt, das seht ihr auch schon hier, die Thunderful Group, von der ich mir damals einiges versprochen hatte. Die Thunderful Group arbeitet schon seit über 40 Jahren mit Nintendo im nordischen Raum, das heißt Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und auch den baltischen Staaten zusammen und vertreibt dort im Endeffekt die Konsolen und auch die Produkte, die Games von Nintendo. In Kombination mit dem Aufbau von einem neuen Games-Portfolio war das für mich eine ziemlich attraktive Aktie zu dem Zeitpunkt, vor allem weil sie auch meiner Ansicht nach relativ unterbewertet war. Das heißt, man konnte damals bei dieser Aktie darauf abziehen und das Investment Case aufbauen, dass man mit dem relativ großen Cashflow, das man mit dieser Nintendo-Partnerschaft reinbekommen hat, investiert hat in Games und das dann eben langfristig einen Mehrwert für mich als Aktionär widerspiegeln sollte. Das war zumindest mein Investment Case von etwa einem Jahr. Der Aktienkurs hat sich aber dabei praktisch in diesem ganzen Jahr immer weiter negativ entwickelt und zwar begründet, denn es gab viele Punkte und viele Aspekte, die dann im Endeffekt auch bei mir vielleicht in der Analyse ein blinder Fleck waren oder wo ich zwar gesehen habe, aber leider zu wenig darauf tatsächlich beachtet habe in meinem Investment Case, nämlich der Punkt der Verschuldung. Das Unternehmen hat eine Zeit lang viel zu viel in dieser Corona-Phase investiert und hat sich dabei sehr stark verschuldet, weil man eben gedacht hat, okay, hey, unser Geschäft boomt, Nintendo-Partnerschaft ist sicher und die Cashflows, die ja zurückkommen werden, damit werden wir unsere Schulden begleichen. Jetzt ist das Ganze ein bisschen schiefgelaufen, weil jetzt eben vor allem auch im Game-Segment relativ viel oder das gesamte Geschäft eher schwach ist und vor allem auch, ich sage mal die Großen wie Microsoft, Epic und andere jetzt etwas knausrig mit dem Geld umgehen und jetzt eben wie zum Beispiel hier auch Thunderfull vom gesamten Gaming-Markt negativ betroffen sind. Der gesamte Gaming-Markt ist jetzt seit etwa zwei Jahren schon in einer negativen Abwärtsspirale. Nicht, weil er keine Zukunft hat, sondern weil es einfach tatsächlich in diesen Phasen 2021, 2020 Überinvestitionen gab und eben viel zu viel in Projekte investiert wurde, viel zu viel Kapital in Projekte investiert wurde, die jetzt auch nicht so wirklich zünden. Und wenn gleichzeitig natürlich die Zinsen steigen und die Reinvestitionskosten steigen, bedeutet das vor allem auch auf dem Gaming-Markt eine relativ schwache Phase, weil eben, naja, Games, die entwickelt man über drei, vier, teilweise fünf Jahre oder wenn es AAA-Projekte sind, noch länger und in dieser Zeit ist eben sehr viel Kapital gebunden und wenn man dann eben dieses Kapital abzinsen will, dann müssten diese Projekte ein Vielfaches von dem wieder einbringen, als es damals noch zu Nullzinsphasen war. Kurz gesagt hat sich jetzt die Thunderfull-Aktie in diesem einem Jahr auch nicht mehr so richtig entwickelt, wie mein Investment Case das Ganze abgezeichnet hatte oder wie ich das Ganze in meinem Investment Case auch berücksichtigt hatte. Das Ganze hat sich jetzt sogar so negativ entwickelt, jetzt im letzten Quartalsabschluss, dass ich mich komplett von der Thunderfull-Position getrennt habe. Und auch hier ist es für mich ganz, ganz wichtig, einer meiner Grundbausteine hier auf YouTube ist es 100%ige Transparenz, deswegen gibt es ja auch bei mir unter jedem Video hier den Link auf meine Community-Page und auf meiner Community-Page, wo ich übrigens keine Werbung schalte, ich spamme euch nicht zu wie irgendwelche anderen mit irgendwelchen Newslettern oder so, gibt es bei mir alles nicht, sondern mir geht es darum, einfach nur für Transparenz zu sorgen. Und eine dieser Transparenzen ist eben, dass aktuell 350 Personen dem Thema folgen, wo ich dann praktisch eine E-Mail an euch raussende, wenn ich einen Kauf oder einen Verkauf bei mir im Community-Depot durchführe. Und so war das jetzt auch bei der Thunderfull-Aktie, das heißt, ich habe hier, das seht ihr am 25. April um 8.03 Uhr am Morgen diese E-Mail rausgeschickt und gesagt, hey Leute, ich habe jetzt Thunderfull verkauft. Und man sieht schon auch an den Screenshots bei mir aus dem Depot, das heißt, die tatsächliche Order ging um 8.02 Uhr kurz nach, also kurz nach 8 Uhr raus und innerhalb von wenigen Sekunden habe ich hier auch den Post, den Beitrag gepostet. Wer daran interessiert ist, wie gesagt, folgt einfach mal den zweiten Link unter dem Video und dann bekommt ihr immer diese Nachrichten. Sonst gibt es keinen Spam, es gibt keine Newsletter, ich verkaufe euch keine Produkte oder irgendwelchen Quatsch. Nur das war, wie gesagt, von meiner Seite aus, weil ich eben finde, dass es ganz wichtig ist, für Transparenz zu sorgen. Und diese Transparenz ist im Endeffekt jetzt auch so, dass die Thunderfull-Aktie oder die Investition in Thunderfull meine bisherige schlechteste Investition war, auch in meinem Community-Depot und auch der letzten Jahre, das muss man sagen. Aber irgendwann muss man eben auch die Reißleine ziehen, wenn eben sich der Investment Case nicht in die Richtung entwickelt, in der er sich entwickeln sollte, zumindest laut meiner Analyse. Also wenn das Geschäft immer schwieriger wird für das Unternehmen und ich einfach keine Zukunft mehr sehe, dann verkaufe ich auch die Aktie, selbst wenn es dann jetzt unterm Strich einen Verlust von 71% bedeutet oder in Euro umgerechnet 3.463 Euro. So ist es nun mal. Es geht nicht jedes Investment Case auf und irgendwann muss man eben sagen, wann für einen persönlich Schluss ist. Für mich war das jetzt auch zu dem Zeitpunkt, ich erkläre euch auch, was das Ausschlaggebende war, denn ich achte ja nicht in dem Sinne auf die Aktienkurse. Wie die Aktienkurse sich entwickeln, ist mir egal, solange eben das Geschäftsmodell funktioniert. Da gibt es ja andere Aktien, die sind vom Aktienkurs auch über die letzten zwei Jahre, haben die sich nirgendwo hinentwickelt, ja sind irgendwo stagniert, aber gleichzeitig ist das unterliegende Geschäftsmodell und die Geschäftszahlen, Umsatzergebnis viel, viel stärker, sogar gewachsen, als ich teilweise mir erhofft hatte und diese Aktien halte ich natürlich auch weiterhin, auch wenn der Aktienkurs bisher das Ganze noch nicht widerspiegelt. Bei Thunderfull war jetzt das ausschlaggebende Ereignis und wir kommen gleich nochmal kurz auf diesen Aktienkurs hier oder diesen Verfall des Aktienkurses, darauf komme ich auch nochmal kurz zu sprechen, einem Tag 43%, das war eben wie gesagt hier an diesem 25. April und ich konnte auch noch glücklicherweise vorbörselig verkaufen, etwa auf diesem Level und habe mir dann einen weiteren Kursverlust von weiteren fast 40% in dem Sinne sparen können und das ist eben auch wichtig, ja ich achte nicht auf den Aktienkurs, sonst hätte ich jetzt gesehen nach dem Aktienfall so 40, 50%, oh jetzt verkaufe ich, nein für mich war ausschlaggebend dieses Ereignis hier, was auch Thunderfull am Vorabend, das heißt am 24. April veröffentlicht hat und hier sind sie eben mit Quartalszahlen rausgekommen, etwas früher als gedacht, die eigentlichen Quartalszahlen kommen meiner Ansicht nach, soweit ich noch weiß, am 15. Mai und jetzt ist man vorher schon rausgekommen, weil einem die Ergebnisse vorab schon vorliegen und die waren miserabel, also die waren wirklich extrem schlecht und zwar so schlecht, dass ich, wie gesagt, ich achte ja nicht nur von einem Quartal auf das andere, sondern auf die dauerhafte Entwicklung und das war in den letzten Quartalen schon okay, aber eher schlechter als ich gerechnet habe und hier ist es jetzt tatsächlich so, dass es so schlecht ist, dass hier tatsächlich sogar die gesamte Finanzierung des Unternehmens bis auf weiteres in Gefahr sein könnte. Also wir sehen hier, der Umsatz hat sich deutlich verschlechtert um 28% im gesamten Unternehmen und worauf ich vor allem darauf achten würde bei dem Unternehmen, weil es eben auch eine relativ hohe Schuldenquote hat, dass sich die Verschuldung massiv erhöht hat vom ersten oder vom vierten Quartal, jetzt aufs erste Quartal und die ist so hoch, dass es jetzt eben meiner Ansicht nach, also im Endeffekt hat man jetzt nur noch liquide Mittel von knapp um die 7 Millionen Euro, klar, das Unternehmen ist jetzt nicht riesig, aber 7 Millionen Euro oder 70 Millionen schwedischer Kronen sind schon nicht viel, vor allem wenn wir uns gerade im zweiten, dritten Quartal eher in einem, ich sage mal, Sommerloch befinden für das ganze Distributionsgeschäft und auch für das Gaming, für den Gaming-Bereich, das ist schon sehr schwierig und deswegen, als ich diese Nachricht dann gesehen habe, vor allem auch am nächsten Morgen, mir das nochmal in Ruhe durchgelesen habe, war für mich klar, mein Investment Case ist hier eigentlich komplett gerissen und auch wenn ich grundsätzlich sage, es gibt sehr, sehr positive Punkte, die auch in Zukunft kommen könnten, ist das für mich jetzt so ein Ereignis, wo ich einfach nicht mehr sicher bin, diese Aktie zu halten und ich dementsprechend auch verkaufen muss, egal zu welchem Kurs. Wie gesagt, ich hatte dann noch Glück, dass ich vorbörslich zu einem relativ guten Kurs verkaufen konnte, aber in Summe bedeutet das natürlich jetzt auch bei mir, wie gesagt, jetzt bei dieser Position leider ein Verkauf bei 70% Kursverfall. Wenn man hier jetzt mal grundsätzlich auch weiterschaut, es gab ja auch mal, wenn wir hier zum Market Screener rüberkommen, gibt es im Moment immer noch einen Analyst aktuell, der zum Kauf der Aktie rät, ich weiß auch, welcher Analyst es ist, das schauen wir uns auch gleich nochmal an, mit 300% Kursentwicklung. Ob das noch so ist, das müssen wir nochmal ein bisschen abwarten, ich glaube, der Analyst wird nochmal nach den finalen Quartalszahlen auch nochmal ein Update geben, wahrscheinlich auch nochmal nach unten korrigieren. Wir schauen uns aber gleich nochmal an, was dieser Analyst sagt, damit er jetzt nicht nur meine, vielleicht auch negative Meinung jetzt zu sehen bekommt, sondern auch die andere Meinung von diesem einen Analysten noch. Grundsätzlich muss man sagen, eigentlich hat das Ganze jetzt auch dieses Jahr, wenn man mal auf diese letzten Quartalszahlen blickt, gar nicht so schlecht angefangen für Thunderbolt. Eines der wichtigsten Ereignisse war ja im Endeffekt die Verlängerung der Partnerschaft mit Nintendo. Also es ist ja immer so, dass alle paar Jahre dann diese Verlängerung der Partnerschaft eintritt und man wird auch die nächsten Jahre für Nintendo die Produkte verkaufen. Das heißt auch im nächsten Jahr, wenn dann die Switch 2 kommt, dann könnte es ein sehr positives Signal zu diesem Zeitpunkt für Thunderbolt dann bedeuten. Die Frage, wo ich mir jetzt aber eher stelle, schafft es tatsächlich dann Thunderbolt mit dieser Cash- und Liquiditätsproblematik bis ins nächste Jahr eigenständig zu bleiben oder wird man vom Aktienkurs weiter leiden und dann wird irgendwann irgendjemand das Ganze für einen Apfel und ein Ei aufkaufen? Das ist jetzt eben die Frage. Deswegen, eigentlich hat sich hier das Ganze am 19. März noch sehr positiv angehört. Thunderbolt verlängert die Partnerschaft mit Nintendo. Ich glaube, auch damals gab es eine sehr positive Kursreaktion. Das sehen wir auch hier. Danach ging es aber noch, also wie gesagt, danach ging es ordentlich nach oben um 50%. Und man hätte jetzt wirklich, wenn man jetzt mit den ersten Quartalszahlen nachgelegt hätte oder zumindest diese nicht so schlimm gewesen wären, hätte mein Investment Case auch abgebildet, dass man das Ganze auch liquiditätstechnisch durchaus abziehen könnte oder durchziehen könnte bis zum Release der Switch 2. Im Moment steht jetzt aber eher im Raum, inwieweit hier tatsächlich eher eine sehr günstige Übernahme von irgendjemand anders im Raum steht, damit dieses Unternehmen überhaupt weitermachen kann. Denn diese 7 Millionen Euro sind eigentlich gar nichts mehr. Also an Liquiditätsmitteln vor allem für die nächsten Quartale. Wenn man also hier auf die Nachrichten schaut, am 19. März sah das Ganze noch sehr gut aus. Am 27. März kam dann die Information, dass man HeatUp wieder verkauft an den ehemaligen Eigentümer von HeatUp. Das heißt, man hat es damals teuer gekauft und jetzt verkauft man das Ganze wieder und zahlt im Endeffekt auch noch dafür, dass der alte Inhaber das Ganze auch wieder zu sich nimmt. Also man sieht schon, diese ganzen Investitionen, die vor einigen Jahren getroffen wurden, die waren schon sehr schlecht. Das war mir auch bewusst, dass ich damals die Aktie vor einem Jahr gekauft habe, weil eben das ganze Book Value eben diese ganzen Dinge, die jetzt auch passieren mit den ganzen Divestments eigentlich schon beinhaltet hatte. Was es aber nicht beinhaltet war, war eben, dass jetzt auch das Distributionsgeschäft mit Nintendo oder andererseits deutlich leidet und man hier jetzt auch deutlich in diesen negativen Cashflow reinrutscht. Danach ist das CFO gegangen. Das ist auch, wenn man sich mal die Page durchliest, ich glaube in den letzten zwei Jahren gab es sechs CFO-Wechsel. Schwierig. Dann gab es jetzt einen Interim-mäßig neuen CFO. Und das war jetzt eben, wie gesagt, das Update, wo ich für mich eigentlich dafür gesorgt habe, dass ich diese Aktie jetzt verkaufe, weil eben mein Investment Case nicht mehr das abbildet, dass es Thunderfull erfolgreich bis in die nächsten positiven Signale, diesen nächsten positiven Rückenwind schafft, um tatsächlich dann mit positiven Cashflow mit der Switch 2, mit den einigen Projekten, die man durchaus noch positiv im Portfolio hat. Und ja, es wird also schwierig meinerseits, das überhaupt weiter durchzuziehen. Danach hat man jetzt noch geschrieben, dass man Nordic Game Supplies verkauft. Das ist jetzt am 26. April rausgekommen. Das hat ebenfalls nochmal einen kurzen positiven Aktienkurs nach oben geschoben. Das wurde aber auch relativ schnell abverkauft. Im Endeffekt geht es hier darum, dass man ein Segment aus dem Distributionsgeschäft, nämlich das Segment, wo man Computermäuse, Stühle und Gaming-Hardware insgesamt verkauft, was jetzt aber nichts mit Nintendo zu tun hat, sondern eher im PC-Bereich und vielleicht auch Konsolen allgemein. Das war schon die letzten Quartale immer ein Verlustbringer und jetzt hat man das Ganze an den CEO dieser Abteilung mehr oder weniger verkauft. Der kauft es relativ günstig und gibt dann jetzt entsprechend auch an Thunderfull eine Cash-Injektion und dadurch gewinnt man vielleicht nochmal ein paar Monate. Aber dann stellt sich eben die Frage, wie lang eben dieses Kapital, das wirklich sehr begrenzt ist, weiter ausreicht. Also auch das hier, ich sage mal, eine Transaktion, die sich abgezeichnet hat. Jetzt nicht unbedingt an den eigenen CEO aus diesem Game-Segment oder aus diesem eigentlichen Segment, sondern es hätte auch irgendjemand anders sein können. Vom Preis her kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel sagen. Man muss aber grundsätzlich sehen, dass eben diese Liquiditätsspritze, die einem jetzt das Ganze auch nochmal einbringt, etwa hier 76 Millionen schwedischer Kronen, also nochmal 7 Millionen Euro. Das wird schwierig, also das wird nicht das ganze Jahr über meiner Ansicht nach reichen. So, jetzt blicken wir mal kurz zu dem Analysten, weil meine Meinung ist ja jetzt relativ kurzfristig auch durch dieses Ereignis deutlich negativer geworden, deswegen ich die Aktie verkauft habe. Es gibt aber auch andere Bilder, wie zum Beispiel die Analysten hier von RedEye, die dann schon durchaus sagen, klar, das waren sehr schwache Quartalszahlen und die waren auch deutlich schwächer, als jetzt auch RedEye erwartet hat. Und sie schreiben auch hier, ich glaube, eines der wichtigsten Sätze, dass sie sich Sorgen machen um die finanzielle Situation und es durchaus ein Risiko, ein ernsthaftes Risiko gibt, dass hier zusätzliche Kapitalspritzen benötigt werden, wie auch immer diese dann aussehen. Vielleicht auch, dass die Aktie oder das Unternehmen komplett übernommen wird, das steht auch noch im Raum. Gleichzeitig sagt hier aber RedEye, sie wollen ja zu keinen finalen Schlüssen kommen, sondern sie wollen tatsächlich jetzt mal den 15. Mai abwarten, bevor sie eventuell reagieren oder eben ihr Analystenziel abändern, wie auch immer. Ich muss das eher anders sehen. Ich weiß nicht, ob RedEye investiert ist, vermutlich eher nicht. Das steht ja wahrscheinlich irgendwo im Disclaimer hier drin, wenn man draufdrückt. Ich muss das eher aus meiner Aktionärsbrille sehen und ich sage, wow, mein Investment Case ist nicht mehr gültig. Ich kann auch kein Investment Case so abändern, dass eine Investition jetzt irgendwie mit einem überschaubaren Risiko sich tatsächlich lohnt. Im Endeffekt geht es jetzt nur noch um eine Hoffnung, dass eben die finanzielle Situation sich weiter stabilisiert und das Unternehmen nicht vom Markt genommen wird und es weiter existiert. Und auf der anderen Seite kann es aber genauso gut eben zu einer Liquidierung des Unternehmens kommen und dann einer kompletten Zerstückelung, dann wird Berg Saller irgendwie an den alten CEO verkauft und das Game-Segment an, keine Ahnung, für ein Appel und ein Ei auch an irgendjemand verscherbelt. Und dann stellt sich die Frage, bleibt nach dem Abzug von diesen ganzen Schulden noch etwas für mich als Aktionär übrig? Vermutlich nicht. Deswegen bin ich jetzt eher zu dem Entschluss gekommen, ich will das nicht abwarten, wie diese sehr schwache finanzielle Situation weitergeht, sondern ich verkaufe und dann schaue ich mal in die nächsten Fatale ab. Also wenn sich die Lage wirklich deutlich verbessert, ich gucke mal immer mal wieder zu Fandervoll rüber und werde dann die Entscheidung treffen. Also für mich ist es jetzt nicht mehr so, dass ich jetzt abwarte. Ich denke, ich habe lang genug abgewartet, um zu schauen, ob mein Investment Case aufgeht. Er geht jetzt eben nicht auf und dann muss man eben auch die Reißleine ziehen. Ich hätte jetzt zum Beispiel auch noch weiterhin warten können, wie sich das Ganze entwickelt, aber durch den Verkauf konnte ich jetzt eben auch noch gutes Geld rausholen mit 1.400 Euro und diese 1.400 Euro kann ich jetzt irgendwo anders investieren. Ich hätte auch noch mal länger warten können, bis das Ganze vielleicht auf Null gegangen wäre oder 10 Cent, aber das war für mich jetzt einfach kein Grund mehr. Und wie gesagt, nicht jede Investition, die man trifft, ist immer erfolgreich. Das war jetzt meine schlechteste Investition der letzten Jahre definitiv. Vor allem, weil es jetzt auch keine spekulative Position in dem Sinne für mich war. Das heißt, es gibt ja immer mal ein paar Aktien, die 2-3% meines Depots ausmachen, wo ich sage, wow, geile Technologie. Ich schaue mal in 10 Jahren nach, wie sie sich entwickelt hat. Ich nehme jetzt aber mal 500 Euro und investiere und dann lasse ich das einfach liegen und vergesse das. Das war jetzt keine solche Position, das war eher tatsächlich darauf bezogen, dass die Investition für mich von der Bewertung her sehr attraktiv war und ich eben in einigen Traschen, seht ihr auch hier, immer wieder die Aktie gekauft habe und jetzt eben zu dem Schluss komme, das war eine Fehlinvestition. Die hat man immer wieder als Aktionär. Also wer keine Fehlinvestition hat, Glückwunsch an die Person. Für mich war das jetzt tatsächlich so. Ich werde jetzt aber nicht weinend mich in die Ecke setzen, sondern ich werde daraus lernen und eines der größten Lernpunkte, dass ich davon rausziehe, ist eben, ich bin bei dieser Investition abgewichen. Abgewichen von einer ganz wichtigen Bedingung an die Unternehmen, die ich sonst immer stelle in meinem Depot, nämlich gesundes Balance Sheet. Also praktisch eine gesunde Bilanz mit einer schönen Cash-Position und ohne Schulden. Also wenn man sich die anderen Unternehmen bei mir im Depot anschaut, dann trifft das eigentlich auf alle Unternehmen zu. Hier hat es nicht zugetroffen und ich habe mich vielleicht ein bisschen blenden lassen von dieser sehr attraktiven Bewertung und habe dann eben nicht darauf geachtet, um zu sehen, okay, was würde passieren, wenn tatsächlich jetzt diese Geschäftslage sich so verschlechtert und man eben keine Cash-Reserven hat. Das ist eben das, was alle meine anderen Unternehmen durchaus haben. Das heißt, selbst wenn irgendwie bei einer Endphase, wie wir jetzt auch gesehen haben, wenn sich die Geschäftslage eher verschlechtert, hat dieses Unternehmen aber eine sehr gute Cash-Lage und kann aus dieser schwierigen Phase wieder rauskommen. Oder eine Paradox. Auch die sind in einem Gaming-Segment tätig und auch die leiden jetzt so ein bisschen aktuell unter dem Aktienkurs durch diese aktuelle Lage auf dem Gaming-Umfeld. Aber die können eher meiner Ansicht nach profitieren, indem sie eben sehr viel Cash-Low generieren, sehr viel Cash auch in der Bilanz haben und dort jetzt eben in Projekte investieren können, die jetzt antizyklisch dann in einigen Jahren vielleicht sehr, sehr positiv auf das Unternehmen wirken. Und die sind eben nicht in Gefahr, dass sie hier tatsächlich liquidiert werden. Mich würde jetzt interessieren, was du jetzt von dieser Situation hältst, ob du auch vielleicht solche Erfahrungen mal hattest, dass du irgendwo eine Investition getätigt hast, weil die Aktie vielleicht doch zu attraktiv war, weil die Bewertung zu attraktiv war und du dann auch vielleicht irgendwelche Learnings raus mitgenommen hast. Ich freue mich auch auf die ganzen hämischen Kommentare. Auch die werde ich natürlich durchlesen. Also wer mich ermuntern will oder hämisch einen Kommentar hinterlassen will, ich werde mir auf jeden Fall alle durchlesen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, wo es dann wiederum um Aktien gehen wird, die vielleicht dann doch wieder attraktiver sind und vielleicht auch ein bisschen besser laufen. Vielen Dank dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dein JD. Ciao.